Musik Neben mir steht Dominik Olbrich, das ist unser wissenschaftlicher Volontär. Ich bin Vita Noack, ich leite dieses Mies van der Rohe Haus. Ich bin seit April 2019 hier am Haus. Ich kam an und habe mich direkt wohlgefühlt. Der Garten, die Architektur, die Leute, unser Team. Also es ist eine Wohlfühloase hier. Ich arbeite ja schon sehr viel länger für dieses Haus. Ich habe das ja alles aufgebaut, das Konzept entwickelt, mich um die Sanierung gekümmert. Das Haus ist ein Beispiel der klassischen Moderne. Es ist ein ganz schlichtes, relativ kleines Haus, aber in Verbindung mit dem Garten wird es unendlich groß. Wir arbeiten mit Jahresthemen und in der Regel haben wir vier Ausstellungen im Jahr. Wir sind aber auf keine bestimmte Kunstgattung beschränkt. Das heißt also, wir zeigen Architektur natürlich, Fotografie, Malerei, Skulptur, Licht, Videokunst, Installation. Und zu diesen Jahresthemen gehören sowohl Ausstellungen als auch Symposien, Vorträge, Rundgänge, viel Kunstvermittlung. Und wir geben jährlich heraus mindestens eine Schriftenreihe, die sich dann immer mit Mies van der Rohe und mit Mies Forschung befasst. Wir haben eine sehr schöne Webseite, wo alle Informationen stehen. Wir sind aber auch in den sozialen Medien sehr aktiv. Wir haben Facebook, wir haben ein Instagram-Profil und sind auch bei YouTube vertreten, wo dann unsere Videos zu bestimmten Ausstellungen zu sehen sind. Die Menschen, die zu uns kommen, die bleiben lange da. Ja, die wollen auch gar nicht mehr weg. Die wollen nicht mehr weg. Wir merken immer, jeder fühlt sich wohl. Also man hat sofort ein Glücksgefühl. Und darin sieht man natürlich auch die Meisterschaft von Mies van der Rohe. Wie man das hinkriegt, Architektur mit der Natur zu verbinden. Das war's das Creditte. Das ist das Broadband Zwang. Bis zum nächsten Mal. Whatsappel? Das ist das Resultat der Gruppe.